Willkommen im Literatur-Cocktail auf TDT. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mich wieder in meiner Bibliothek besuchen. Heute habe ich einen richtigen Wälzer für Sie. Ein Werk von 700 Seiten, mehr als 700 Seiten. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins aus dem Jahr 1860. Das Werk wurde mehrmals ins Deutsche übersetzt. Die Fassung von Arno Schmidt von 1953 erschien Mitte der 60er im Henry-Gowarts-Verlag Stuttgart und war die Basis für eine der Verfilmungen, den dreiteiligen Fernsehfilm des WDR unter Regie von Helmut Keutner. Ich lese Ihnen jetzt einen kurzen Auszug aus dem sogenannten ersten Zeitraum, der die Beschreibung der Titelfigur enthält. Ist das hier die Straße nach London? sagte sie. Ich betrachtete sie aufs Aufmerksamste, während sie diese merkwürdige Frage an mich richtete. Es war jetzt kurz vor ein Uhr. Alles, was ich beim Schein des Mondes zu unterscheiden vermochte, war ein farbloses, jugendliches Antlitz, mager anzuschauen und zumal um Backenknochen und Kinnen scharf geschnitten. Große, ernste, schier sehnsüchtig aufmerksame Augen. Ein nervöser, unsicherer Mund. Auffällig feines Haar von blassbraun-gelber Farbe. Keinerlei Verwilderung oder Unverschämtheit in ihrem Auftreten. Es war vollkommen ruhig und selbstbeherrscht. Ein bisschen Schwermut mit einem kleinen Schuss Argwohn. Nicht direkt das Benehmen einer großen Dame und gleichzeitig doch auch wieder nicht das Benehmen einer Frau aus den untersten Volksschichten. Im Klang der Stimme, wenig, wie ich bis jetzt davon gehört hatte, schien etwas merkwürdig Verhaltenes und Mechanisches zu liegen, obwohl sie ganz auffällig schnell gesprochen hatte. In der Hand trug sie einen kleinen Pompadour. Und ihre Kleidung, alles in Weiß übrigens, Hut, Schal und Gewand, bestand, soweit ich im Augenblick ausmachen konnte, sicher nicht aus sehr feinen oder übermäßig kostbaren Stoffen. Ihre Gestalt war sehr schlank und unverkennbar über Mittelgröße. Ihre Haltung und Gebärdung frei von auch der geringsten Spur irgendeiner Auffälligkeit. Diese rätselhafte Frau. Bringt den Kunstlehrer Walter Hartwright, der diese Beschreibung geschrieben hat, auf die Fährte einer groß angelegten Intrige. Eigentlich soll Hartwright die beiden Halbschwestern Marion und Laura in Cumberland unterrichten. Er verliebt sich in Laura. Die ist jedoch mit dem unheimlichen Sir Percival Glyde verlobt. Und diese Verlobung ist durch Mitwirkung des undurchsichtigen Conte Fosco und seiner Frau zustande gekommen. Laura erhält einen anonymen Brief, der sie vor der Heirat warnt. Walter zieht sich ehrenhaft aus Cumberland zurück. Die Eheschließung findet statt und dann wird klar, dass Lauras Mann Sir Percival Glyde völlig verschuldet ist, dass er an ihr Vermögen will und dafür vor nichts zurückschreckt. Walter Hartwright versucht aus Liebe zu Laura das Geheimnis um Sir Percival und den Conte zu lüften. Immer mit Unterstützung der rätselhaften Frau in Weiß, die Laura überraschend ähnlich sieht. Erst in letzter Minute und durch einen glücklichen Zufall kann er Laura retten und Sir Percival entlarven. Nur die Frau in Weiß erlebt es leider nicht mehr. Und nun müssen wir, um dieses Werk zu begreifen, einmal auf die Charaktere und auf die Erzählweise eingehen. Wie gesagt, ein Werk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Figuren sind ganz typische Vertreter der englischen Klassengesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt niederen Adel, es gibt bürgerliche, es gibt Dienstboten und so weiter. Aber diese Figuren sind zwar in den Beschränkungen ihrer Klasse gefangen, doch die klassischen Leidenschaften wie Liebe, Gier, Schuld, Rache und so weiter treiben alle Figuren, alle Beteiligten dazu, die Grenzen dieser Gesellschaftsschichten zu überwinden. Auf die eine oder andere Weise. Sei es durch Aktionen, sei es durch Auskünfte oder etwas anderes. Und was mir auch aufgefallen ist bei der Lektüre des Romans, dass er, dass nicht nur die Titelfigur, die Frau in Weiß, sondern auch Marion, die Schwester der Figur Laura und die Contessa sehr, sehr starke Frauenfiguren sind, die also durchaus die Fäden ziehen in dieser Geschichte. Was auch typisch ist für das 19. Jahrhundert, ist die Sprache. Zum Beispiel haben wir ja hier im ersten Zitat eine sehr detaillierte Beschreibung der Titelfigur gehört. Und das ist ein ganz typisches Beispiel. Stimmen und Äußeres, die Verhaltensweisen werden ganz genau beschrieben, die Häuser, die Landschaften. Auch Einzelheiten über die Lebensumstände, Gedankengänge, die dann zu Schlussfolgerungen führen, sodass der Leser sich wirklich alles ganz genau vorstellen kann. Das ist nicht nur typisch für das 19. Jahrhundert, sondern es ist eben auch ein Stilmittel, ein ganz besonderes Stilmittel von Wilkie Collins. Das passt also in diesem langsamen Erzähltempo alles zueinander. Denn die Aufklärung dieses Falles, die Auflösung dieser Intrige, die Walter da versucht, die ist natürlich auch abhängig davon, wie die Kommunikation vorangeht. Und das war im 19. Jahrhundert etwas wahnsinnig Langsames. Es gab Briefe, es gab Postkutschen, ja was gab es sonst? Es gab kein Telefon, kein nichts. Und da musste man dann doch, bis ein Brief oder eine Nachricht ihren Empfänger erreichte und die Antwort zurückkam, ziemlich viel Geduld haben. Diese Tatsache, die technischen Schwierigkeiten, die verzögern natürlich Walters Recherchen, mit denen er eben versucht, den Sir Percival Gleit zu entlarven. Denn er trägt eine Larve, eine Maske, immer, um seine Ziele zu erreichen. Und diese Langsamkeit verzögert natürlich dann auch die Aufklärung des ganzen Falles. Und auch so kommt die Länge des Romanes zustande, nicht nur durch die Ausführlichkeit der Erzählweise. Die Erzählung ist in drei sogenannte Zeiträume eingeteilt. Und die Handlung, die wird also in Form von Berichten dargestellt. Es gibt Notizen, es gibt Manuskripte und es gibt auch Tagebuchauszüge. Und die Figuren, die diese Texte verfassen, die wollen damit sozusagen die Vorgänge der Nachwelt erklären. Und das tun sie in der Ausdrucksweise des jeweiligen Typs, des jeweiligen Menschen in seiner Position, in seiner Gesellschaftenposition. Und auch in der indirekten Rede. Da gebe ich Ihnen mal ein Beispiel aus dem zweiten Zeitraum. Das ist ein Bericht von Marion Halcombe. Das ist die Tiefschwester von Laura. Wieso bist du denn den Brief losgeworden, fragte ich. Was hast du damit gemacht, sobald du ihn dort im Sande gefunden hattest? Nachdem ich ihn einmal rasch gelesen hatte, erwiderte sie, nahm ich ihn mit ins Bootshaus, um mich hinzusetzen und ihn mir ein zweites Mal anzusehen. Und während ich noch las, fiel es wie ein Schatten übers Papier. Ich schaute auf und sah Sir Percival im Eingang stehen und mich beobachten. Hast du dir versucht, den Brief zu verstecken? Versucht habe ich es. Aber er unterbrach mich. Streng dich nicht unnötig an, das Ding zu verstecken, sagte er. Ich habe es zufällig auch gelesen. Ich konnte ihn nur hilflos anschauen. Zu sagen vermochte ich nichts. Hast du mich verstanden, fuhr er fort. Ich habe es gelesen. Vor zwei Stunden schon habe ich es aus dem Sand geholt und dann wieder vergraben und das Wort wieder hingeschrieben, damit du es in aller Ruhe finden konntest. Diesmal sitzt du drin in der Patsche und du kannst dich nicht wieder rauslügen. Gestern hast du dich mit Anne Catherick heimlich getroffen und jetzt sitzt du da mit ihrem Brief in der Hand. Sie habe ich noch nicht erwischen können, aber dich habe ich erwischt. Gib den Brief her. Er kam dicht zu mir heran. Ich war ja alleine mit ihm, Marion. Was konnte ich machen? Und da habe ich ihm den Brief gegeben. Aber was hat er dann gesagt, als du ihm den Brief gegeben hattest? Zuerst gar nichts. Er hat mich beim Arm genommen und vor das Bootshaus draußen geführt und sich dann nach allen Seiten umgesehen, wie wenn er Angst hätte. Man könnte uns sehen oder hören. Und dann hat er meinen Arm ganz fest mit seiner Hand umfasst und mir zugeflüstert. Was hat Anne Catherick dir gestern gesagt? Ich muss jedes Wort davon wissen. Vom ersten bis zum letzten. Und? Hast du es ihm gesagt? Ich war doch ganz alleine mit ihm, Marion. Seine rohe Hand hat meinem Arm so wehgetan. Was konnte ich denn machen? Hat dein Arm etwa noch blaue Flecken? Lass mal sehen. Warum wirst du sie sehen? Ich will sie deswegen sehen, Laura, weil unser passives Dulden endlich ein Ende haben und weil mit dem heutigen Tag unser Widerstand beginnen muss. Diese Flecken sind eine Waffe, mit der wir ihn treffen können. Lass sie mich sofort sehen. Es könnte sein, dass ich den Anblick irgendwann in der Zukunft einmal beschwören muss. Man nimmt also, wie Sie hier gesehen haben, einerseits die Perspektive des Schreibers ein, das war hier Marion, und andererseits ist man als Zuhörer, als sogenannter Zuhörer, daran interessiert, den Hergang richtig zu verstehen. Also wird der Leser vollkommen in die Geschichte hineingezogen. Und das spricht meiner Meinung nach dafür, dass das richtig große Literatur ist. Und der Verfasser, Ulrike Collins, hält die Spannung, obwohl die Darstellung so sehr breit gestaltet ist. Es ist außerdem eine spannende Geschichte, weil die Frauen, wie schon gesagt, eine starke Rolle einnehmen. Das war ja in der Zeit damals nicht so, nicht üblicherweise so, sondern die Frauen hatten wenig Rechte, sie lebten im Hintergrund, sie hatten kaum Berufe, die sie ausüben konnten, sie hatten ganz bestimmte Freizeitbeschäftigungen nur, denen sie nachgehen konnten, wie zum Beispiel diese beiden wohlhabenden Schwestern, die lernen in ihrer Freizeit zeichnen. Ja, dann spielen sie noch Klavier, dann wird gestickt und so weiter und so fort. Also das waren keine Tätigkeiten, die irgendetwas mit der Arbeit anderer Frauen, mit der Arbeit von Frauen in anderen Gesellschaftsschichten zu tun hatte. Also wir erleben nicht nur eine Kriminalstory in aller Breite, die trotzdem spannend ist, sondern wir erleben auch noch ein Gesellschaftsporträt. Und zum Abschluss meiner Buchvorstellung gebe ich Ihnen noch einmal eine Kostprobe. Noch einmal in einem Bericht von Walter Hartweit aus dem sogenannten Dritten Zeitraum heißt es wie folgt. Ein Viertel nach fünf, sagte der Conte, der einen Blick auf seine Taschenuhr warf. Und also die Zeit für ein erholsames Nickerchen. Ich ähnele, Sie werden es bereits bemerkt haben, Herr Hartweit, äußerlich stark dem großen Napoleon. Ich gleiche jenem Unsterblichen auch darin, dass es in meiner Macht steht, den Schlaf nach Wunsch zu kommandieren. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich will lediglich Madame Fosco herbeirufen, damit Ihnen die Zeit nicht unnötig lang werde. Da ich ebenso gut wusste wie er selbst, dass er Madame Fosco nur deswegen herbeirief, um sich zu versichern, dass ich während seines Schlafes nicht etwa das Haus verließe, gab ich ihm weiter keine Antwort, sondern beschäftigte mich lieber damit, die Papiere, in deren Besitz er mich gesetzt hatte, schweigend zusammenzubündeln. Die Dame trat ein, kühl, blass und giftig wie immer. Du unterhältst, Herrn Hartweit, mein Engel, ja, sagte der Conte, rückte ihr einen Stuhl zurecht, küsste ihr die Hand, begab sich zum Sofa hinüber und war binnen weniger denn drei Minuten so friedvoll und selig hinübergeschlummert, wie der tugendhafteste Mensch auf Gottes Erdboden. Madame Fosco griff sich ein Buch vom Tisch, nahm Platz, sah mich an mit all der Rachsucht und Boshaftigkeit eines Weibes, das nie vergisst und nie vergibt. Ich habe Ihr Gespräch mit meinem Gatten belauscht, sagte sie, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Ich hätte sie tot auf dem Vorleger dorthin gestreckt. Mit diesen Worten schlug sie ihr Buch auf, schenkte mir von dem Augenblick an, bis zu dem, wo ihr Gatte wieder erwachte, weder einen weiteren Blick noch ein Wort. Liebe Zuschauer, die Frau in Weiß von Wilkie Collins. Es ist ein historischer Krimi der Extraklasse, das kann ich Ihnen versprechen. Er war schon zu seiner Zeit wegweisend für das englische Genre der Mystery Novel und, wie gesagt, ebenso ein Porträt der englischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Also lassen Sie sich auf dieses 700-Seiten-Werk gerne ein und haben Sie Spaß beim Lesen. Und nun, meine lieben Zuschauer, möchte ich mich allmählich von Ihnen verabschieden. Stöbern Sie gerne weiter mit mir in meiner Bibliothek. Und wenn Sie ein Buch kennen, das Sie sehr beeindruckt, dann kommen Sie ins Studio und sagen Sie den Zuschauern von Tide TV, warum. Ich freue mich auf Ihre Post unter literaturcocktail at tide.net.de. Für heute also Tschüss, machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Literaturcocktail auf Tide TV. bn-. So rivals Uhr 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 Untertitelung des ZDF, 2020